Wir melden uns hier von der Grünwalder Straße 114. Es gibt Nachrichten. Noel Niemann, der ein sehr gutes Spiel beim 4 zu 1 Sieg gegen Eintracht Brandschweck gemacht hat, ist verletzt. Er kann am Sonntag in Zwickau nicht spielen. Herr Kölner, 4 zu 1 gegen Brandschweck gewonnen. Was sind die Gern aus diesem Spiel? Herr Kölner, da habt ihr eine tolle Frage ausgesucht. Ja, vieles. Ich denke, dass man grundsätzlich eins festhalten kann. Wir fühlen uns bestätigt auf das, was wir jetzt die letzten paar Wochen gemacht haben. Ich sehe aber auch nur, dass schon noch Luft nach oben ist und dass wir schon noch an vielen Dingen arbeiten müssen. Aber ich glaube, das ist normal. Wir haben die Woche wieder 5 Uhr Training und in dem 5 Uhr Training erwartest du automatisch, dass es wieder eine Verbesserung gibt, dass wir am Ende auch wieder in Zwickau ein besseres Spiel machen können. Was wird in Zwickau anders? Na gut, vieles. Ich denke, wer die Ergebnisse von Zwickau in den Heimspielen beobachtet hat, sieht, dass es extrem schwer dort zu gewinnen ist. Da haben alle Mannschaften eigentlich nur Last-Minute-Siege erzielt oder in der Schlussphase dann zu drei Punkten kommen. Wir haben uns auf ein richtig intensiver Spiel einstellen müssen. Aber wir sind gut vorbereitet, denke ich, auch am Sonntag in Zwickau. Wir sind bis jetzt so gut unterwegs und wollen schon auch das neunte Spiel in Folge umgeschlagen werden. Wer könnte anstelle des verletzten Null-Niemann in Zwickau auflaufen? Trainer Michael Kölner hat schon einen Kandidaten genannt, Prinzo Vuzo. Der soll am Montag richtig gut trainiert haben. Zeitung. Vielen Dank.